dna geneologie haben wir uns heute zum teil 5 getroffen diesmal geht es um getmatched die dna datenbank für geneologie hier nochmal eine übersicht dass man auf getmatched dna datensätze hochladen kann von allen anbietern die häufigsten sind industry ft dna living dna my heritage und 23andme und auch ein paar andere und auf getmatched den etliche auswertungstool zur verfügung wovon ich auf die wichtigsten eingehen werde warum sollte man seine rohdaten bei getmatched hochladen diese frage wird mit sicherheit jeder anders beantworten ich habe einfach mal einige beispiele aufgeführt die ich für wichtig halte man kann sich da mit anderen vergleichen die einen test bei einem anderen testanbieter gemacht haben es gibt dort umfangreiche dna tools die bei den testanbietern nicht vorhanden sind bei getmatched werden segment daten angegeben die bei anderen nicht vorhanden sind zum beispiel die firma industry gibt keine segment daten preis man weiß also nicht wo das match ist und auch wichtig ist es wird der overlap angegeben was das ist erklärschleich kurz und ganz wichtiger punkt ist beim matching werden keine tricks angewandt das ist besonders bei my heritage problematisch weil hier werden snps dazu addiert die teilweise auch nicht richtig sind und dadurch entstehen falsche matche und echte matche werden einfach nicht angezeigt und das ist hier auf dieser plattform eben nicht der fall also es werden immer die echten s&ps angezeigt die auch in den rohdaten vorhanden sind und vor allen dingen kann man auch bei getmatched kleinere segmente überprüfen und vielleicht noch einige andere punkte die bei jedem wahrscheinlich anders sind den overlap will ich kurz erklären also hier sind symbolisch dargestellt zwei dna test die enthalten circa 600 bis 650.000 snps sind da getestet worden und wenn man diese beiden test vergleichen will dann sind aber nur circa 150 bis 400.000 snps identisch das ist dann hier der grüne bereich und darunter leidet dann auch die qualität eines matches dass manche matche nicht angezeigt werden weil sie zu wenig snps haben und es stehen eben auch häufiger falsche matche die plattform getmatch ist auch außerhalb der genealogie in den letzten jahren bekannt geworden ich bezeichne das einfach mal als aktenzeichen xy ungelöst mit dna und weil ich bei den datenschutzeinstellungen auf das eine oder andere eingehen muss hier eine kurze erläuterung dazu wie die meisten wahrscheinlich wissen sind durch diese plattform einige massenmörder gefasst wurden identifiziert wurden und wie das funktioniert hat will ich ganz kurz erläutern ziel ist es ja dieser plattform vorfahren zu ermitteln und tatort dna spuren wurden hochgeladen um aus diesen den a daten vorfahren ausfindig zu machen und das hat dann auch funktioniert das war dann aber auch nur der erste schritt im zweiten schritt wurde dann aus diesem identifizierten vorfahren mussten über genealogische quellen kirchenbücher und auch andere genealogische quellen wurden dann die nachkommen erforscht und im dritten schritt gab es dann einen abgleich mit dem täterprofil alter wohnort mit den ermittelten nachkommen und im letzten schritt erfolgte dann im prinzip ein dna test mit der person auf die das täterprofil passte und dann gab es dann auch entsprechende verhaftungen dann gibt es aber auch noch in amerika die suche nach identifizierung von unbekannten toten das ist das gene oder john do projekte und im prinzip funktioniert das hier auch nach dem gleichen verfahren und da sind auch in der vergangenheit bereits etliche personen auch identifiziert wurden das ist eine freiwillige gruppe die hier diese projekte macht okay wenn man sich bei get match registriert hat und dann einloggt dann wird einem diese seite hier angezeigt sie ein bisschen länger ist hier oben hat man immer aktuelle informationen hier erscheint dann der name und hier die e mail adresse und hier auf der rechten seite sind dann die verschiedenen funktionen angegeben eine der wichtigsten funktionen ist dann hier das upload von dem dna daten geht mal ein bisschen runter als übersicht hier sind die beiden haupt funktionen und der bereich tier ist also ein kostenpflichtiger bereich und hier diese dna tools die sind also kostenlos auch zu nutzen dann gibt es hier unten noch den bereich dass man eine get com datei hochladen kann und ein get com matching machen kann hier auf der linken seite werden dann die hochgeladenen kits dargestellt mit entsprechenden informationen also zuerst kommt hier das ist die kit nummer und das ist dann der angegebene name und das hier sind informationen die hier oben erläutert werden also dieses n bedeutet hier dass diese datensätze nicht öffentlich sind das heißt die kann keiner sehen ich nutze das einfach um duplikate die ich hochgeladen habe die sind daneben nicht öffentlich wenn das für das matching genutzt werden kann dann ist sie hier bei dem ersten satz steht dann gar nichts und er bedeutet hier das sind kitz für forschung da werden datensätze gekennzeichnet die durch phasing erstellt wurden oder ein lazarus kit was erstellt worden ist für bereits verstorbene personen die kein test mehr machen können hier sehen wir dann im prinzip zwei verschiedene symbole das heißt wenn man sich dafür entscheidet dass also die strafverfolgungsbehörden in usa datensätze für die ermittlung der vorfahren von straflättern nutzen kann dann kann man das hier auch kennzeichen ist das hier mit einem y yes und sonst ist das eben nicht nutzbar so hier habe ich mal die einzelnen bereiche mit einem grünen punkt versehen mit denen wir uns heute hier auch etwas näher beschäftigen wollen das wichtigste ist erstmal das hochladen der daten das ist relativ einfach und simpel man muss natürlich ein paar informationen angeben hier kann man den namen angeben der person wo man den datensatz hoch lädt man kann aber auch hier schon einen anderen namen angeben hier hat man optional die möglichkeit ein alias name anzugeben und hier hat man die möglichkeit ein geschlecht anzugeben haplo gruppen kann man angeben wenn bekannt das hat keine auswirkungen das erscheint nur in der matching liste als information dann kann man hier das testunternehmen angeben und wenn ich wenn man hier drauf klickt dann öffnet sich hier eine eine liste und man kann dann ein testunternehmen auswählen dann geht es weiter dann muss man mitteilen um was für ein kit es sich handelt und man muss dann entsprechend hier das ankläuzen also wenn das hier meine eigene dna ist die ich hochlade dann wird eben hier hier drauf geklickt und für uns interessant sind wahrscheinlich sind auch nur diese ersten vier punkte hier wenn man vormund ist oder wenn man eben ein kit von einem familienangehörige verwaltet und es kann auch sein dass dann dieses familienmitglied auch schon verstorben ist die anderen punkte treffen auf uns alle nicht zu und hiermit werden eben auch andere dinge bezüglich sichtbarkeit von matchen gesteuert die strafverfolgungsbehörden laden eigentlich nicht hoch selber hoch sondern das wird alles über eine firma abgewickelt die firma parapon soweit mir bekannt ist und zwar ist da auch führend die cici murr die da auch eben diese erfolge erzielt hat dann hat man hier eben die möglichkeit auszuwählen schon beim hochladen wie die datenschutzeinstellungen eben sind man kann es auch komplett privat stellen dann kann man das aber auch nicht für das matching nutzen man hat nur eine eingeschränkte möglichkeit und dann kann man hier entscheiden ob zugriff der strafverfolgungsbehörden möglich sind oder eben nicht und das ist dann auch hier nur für forschungszwecke gedacht dann wählt man hier einfach die datei aus und man startet den upload und das geht dann relativ einfach und nach fünf minuten ist dann auch der upload durchgeführt und dann dauert es noch mal circa acht stunden bis dann auch matching listen vorhanden sind und einzusehen sind denn es muss ja ein vergleich mit allen kits erfolgen die bereits in der datenbank vorhanden sind und hier haben wir einen bleistift den man anklicken kann und da hat man eben zu jedem kit kann man hier verwalten und hier unten in dem bereich hat man also diese einstellungen die man beim hochladen gemacht hat werden dann hier gezeigt und hier hat man also die möglichkeit das auch zu ändern ja man kann auch den alias namen wenn man den fleisch am anfang nicht angegeben hat auch den kann man eben ändern und wenn man die haplo gruppen am anfang nicht angegeben hat dann kann man auch das zu einem späteren zeitpunkt machen dann hat man hier den nächsten reiter wenn man darauf geht da kann man das geht jederzeit wieder ganz einfach löschen man gibt sein passwort noch mal ein drückt auf die led und dann ist der datensatz gelöscht und weg und dann gibt es hier noch einen weiteren reiter hier kann man im prinzip einen hochgeladenen test an einen anderen weitergeben das heißt zum beispiel wenn man für einen familienangehörigen den test hochgeladen hat und jetzt hat er auch interesse sich da mehr mit zu beschäftigen dann kann man dieses hochgeladene kit dann an seinen account im prinzip weiter transferieren und das geht auch relativ einfach indem man hier die e mail adresse unter dem das konto geführt wird und das passwort und dann wird das bei einem selber ausgenommen und in ein anderes konto ist es dann da sichtbar neben hochgeladenen kits kann man auch hier bei get match kits aus den vorhandenen daten generieren und das wird als nächstes kurz erläutern wie man zum beispiel einen gefassten datensatz erstellen kann erforderlich ist hierfür dass man von einem kind und von mindestens einem elternteil muss man ein kit haben und und hier mit select wird dann ausgewählt welches kit das sein soll das bedeutet aber auch man kann nur diese funktion nutzen für datensätze die im eigenen account sind sonst mit anderen datensätzen kann man das eben auch aus sicherheitsgründen einfach nicht machen und es werden dann zwei neue datensätze zwei neue kits erstellt die dann differenzieren am ende mit p1 und m1 also paternal also der vater und m1 ist also maternal die mutter das sind dann gefasste datensätze der beiden eltern die dann erstellt werden und es ist nur ein elternteil erforderlich beide geht natürlich auch da ist die qualität dann auch etwas besser und hier ist dann die funktion wo man im prinzip ein negatives kit erstellen kann also die dna eines elternteils die man eben nicht erhalten hat und hier wird dann ein neues kit erstellt was dann die endung hat p2 und auch hier die gleiche funktion man muss das auswählen und man kann es auch hier nur mit den kits erstellen die man selber in der verwaltung im konto hat und eine dritte möglichkeit bei get match ein kit zu generieren ist dass man mehrere tests die man gemacht hat zu einem kit wie wird es als als super kit bezeichnet zusammenfassen kann denn es gibt ja doch etliche die haben nicht nur bei einem test unternehmen ein test gemacht sondern eben bei industry und bei living dna und bei ft dna und das kann man dann auch hier jeweils immer auswählen und dann wird eben ein dna datensatz erstellt der eben die daten dieser verschiedenen test beinhaltet das hat also den vorteil dass man beim matching ein wesentlich höheren overlap hat gegenüber den match partnern und damit eben auch bessere ergebnisse erzielt und auch dieses kit ist dann zu erkennen und hat dann die endung c1 so sieht dann eine liste aus nenne ich one to many also hier einer wird mit vielen fortlichen kit nummer name und e mail adresse habe ich einfach mal ausgeblendet und das wird einem hier angezeigt hier wird einem das größte segment angezeigt in zentimorgen und hier wird angezeigt wie viel zentimorgen es insgesamt sind dann wird der ermittelte generations abstand angezeigt und eben wann dieser match ermittelt worden ist also wann der andere seine daten hochgeladen hat und hier wird das test unternehmen angegeben und hier wird der overlap angegeben das ist nicht der echte overlap sondern get match hat hier ein beschleunigtes verfahren wo in diesem beschleunigten verfahren werden nicht alle daten eines datensatzes für dieses erste matching herangezogen sondern nur ein bruchteil um eben diese doch intensive rechner tätigkeit zu reduzieren und deswegen ist das was hier angegeben wird ein ziemlich niedriger wert der ist dann in der regel doppelt so hoch und dadurch können sich dann auch hier diese daten auch etwas wieder ändern es gibt auch eine weitere darstellung das ist dann die meta version die dann etwas komfortabler ist das heißt hier hat man sortier möglichkeiten hier kann man nach dem größten match sortieren und hier kann man eben auch nach dem overlap sortieren weiterhin kann man hier einstellungen vornehmen wie hoch der overlap ist und welche segmente angezeigt werden und hier ist voreingestellt dass nur 500 match angezeigt werden da kann auch mehr angezeigt werden und hier ist auch noch angegeben ein matching mit dem x-chromosom hier sind an diesem beispiel ist kein match vorhanden also auch hier kann man das sortieren nach den größten die nächste funktion die ich kurz erklären will ist one to one hier werden also zwei datensätze miteinander verglichen die beiden kit nummern werden hier oben eingegeben und jetzt kann man auch auswählen wie es dargestellt wird standard einstellung ist grafik und positionen manchmal reicht aber auch wenn man nur die position hat oder man kann auch nur die grafik anzeigen lassen hier hat man die möglichkeit anzugeben wie die segment daten ausgegeben werden hier geht es um das referenzgenom was ja einer permanenten weiterentwicklung unterliegt das aktuelle referenzgenom ist hg 38 die testanbieter nutzen aber alle noch 37 und das führt dann zu unterschiedlichen ergebnissen hier kann man eingeben wie viel smps ein match mindestens haben muss man kann das also auch erhöhen standardmäßig ist jetzt 200 eingestellt und im nächsten kann man angeben wie viel zentimeter morgen ein match haben muss der standardwert ist sieben das kann man hier erhöhen auf zehn oder auch runtersetzen um kleinere match zu sehen und dann gibt man eben hier eine drei ein und die bei der nächsten funktion es ist standardmäßig ein match drin das heißt es können kleine fehler können aufgefangen werden bei diesem matching in der regel sollte man das hier nichts ändern und hier hat man die möglichkeit wenn man da einen haken setzt dann werden nur segmente angezeigt die auf beiden chromosomen identisch ist das ist also nur sinnvoll dass bei vollgeschwistern oder auch bei doppel cousins zu machen bei anderen personen wird dann nämlich kein match angezeigt und so sieht dann die auswertung aus angezeigt werden hier die chromosomen hier werden die positionen von bis angezeigt und b 37 also die daten entsprechen dem referenzgenomen 37 dann dann werden die zentimeter morgen angezeigt und eben wie viele snps in diesem segment identisch sind dann wird noch mal angezeigt wie der overlap ist das heißt diese beiden dna ansätze haben 430.000 identische positionen die dann zu diesem ergebnis geführt haben und aufgrund der angaben die dann hier gemacht wurden sind das ist ein test von fc dna und das hier ist ein test von living dna ist das im prinzip das neue kit von fc dna also hier gab es ja im prinzip im letzten jahr eine umstellung vorher war das bei der overlap etwas niedriger gewesen und wenn man bezüglich des referenzgenomen bei allen ein haken setzt dann wird im prinzip das hier angezeigt hier kann man im prinzip sehen wie sich die positionen im referenzgenomen geringfügig geändert haben diese werte hier bleiben natürlich gleich hier einfach mal eine übersicht über wieder eine grafische darstellung aussieht das hier ist ein geschwistermatch das heißt hier hat man also bereiche wo wie hier gelb wo man nur auf einem chromosom eine gemeinsamkeit hat und eben hier grüne bereiche wo eben auf beiden chromosomen ein match besteht und wenn wir hier uns das chromosom 1 etwas genauer ansehen dann ist hier die darstellung bei der halb identischen region etwas anders als wenn hier nur die voll identische region angezeigt wird das heißt dann steht nur hier der match und diese segment daten sind vorhanden und dann ist eben hier auch noch ein ein kleines match vorhanden was voll identisch ist und zur erläuterung dann hierzu der gefasste datensatz väterlich und mütterlich und dann kann man sehr gut erkennen dass dieses kleine match dadurch entstanden ist weil es hier eine kleine überlappung gibt auf den väterlichen und auf den mütterlichen chromosomen und hier in hier in diesem bereich gibt es also eine sehr sehr große überlappung die dann auch hier zu diesem sehr hohen match als voll identische region ist eine andere schöne funktion bei get match ist personen die mit beiden kids ein match haben dazu gibt man hier im prinzip zwei kids sein ich habe das einfach mal mit meinem und mit einem cousin ersten grades gemacht so dass dann ermittelt wird match die wir beide haben also kann man die auch dann entsprechend zu ordnen da das ein mütterlicher ein cousin über die mütterliche linie ist kann also dadurch die zuordnung auf mütterliche seiten verwandte ermittelt werden hier kann man die höhe des matches eingeben das habe ich mal bei 10 zu gelassen und wenn man dann das startet dann kommt dann hier diese auswertung raus hier habe ich einige daten einfach mal weg gelassen aber dann wird dann einfach gezeigt wie hier bei diesen beiden personen wie sie eben gemeinsame matcher haben hier bei knapp 30 und der hat dann nur 23 und dann gibt es hier eben eine ziemlich lange liste die dann ähnliche daten hat vorhin immer angezeigt wird wie unterschiedlich da die datensätze sind und das geht dann runter bis zehn zentimeter morgen weil das war die einstellung die wir eben gewählt haben die liste wird dann fortgesetzt nur auf eine person wo dann der andere kein match hat und das hat dann bei mir ergeben dass dann die datensätze die dann auf der väterlichen linie sind wurden dann auch richtigerweise hier in diese liste gepackt denn der mütterliche cousin hat ja da mit denen keine gemeinsame dna relativ neu bei get match ist dass hier wird nach regionen wird dargestellt und ist ein matching möglich das wird auch teilweise durch ehrenamtliche personen die daneben so ein projekt gegründet haben und wenn man da rein geht dann kann es dann passieren wie ich selber festgestellt habe dass ich erstmal hier aufgefordert werde über ein projekt zu entscheiden ob ich damit machen will oder nicht da werden dann von dem administrator dieser gruppe bin ich wohl eingeladen worden und habe jetzt die möglichkeit diesem projekt beizutreten oder eben abzulehnen oder eben gar nichts zu machen und dann bin ich diese fragen beantwortet habe dann verschwindet dann dieser eintrag hier bei mir und dann kommt man im prinzip dann nach nachfolgen zu dem projekt wo man im prinzip hier eine analyse machen kann ich kann also dann auswählen aus den projekten wo ich beigetreten bin da eine analyse zu stellen der vorteil ist hier eben dass in diesem bereich wesentlich weniger personen diesem projekt beigetreten sind und man kann dann dadurch auch kleinere segmente analysieren weil ja auch durch die gemeinsame region hier die wahrscheinlichkeit einer verwandtschaft wesentlich höher gegeben ist das heißt man kann also hier seine kit noch mal eingeben man kann dann hier das auf standard lassen segmente über sieben zentimeter man kann das auch reduzieren auf sechs oder fünf und das ist dann der der zentimeter wert der höchstens berücksichtigt wird den kann man auch reduzieren zum beispiel auf zehn dann werden matche über zehn zentimeter nicht angezeigt dadurch werden dann nahe familienangehörige nicht in diesen matching prozess mit einbezogen man kann das dann hier auch auf einzelne chromosomen beziehen man kann das das x-chromosom also um 23 kann man ausschließen wenn man hier einen haken setzt und man kann also auch bestimmen wie dann diese liste hier sortiert wird ob eben nach nach kit nummern oder eben auch nach der größe oder eben nach segmenten und so sieht dann diese liste aus die dann angezeigt wird auch hier habe ich wieder diese daten herausgenommen und die liste ist dann relativ lang hier wird also angegeben das chromosom die position start und ende und die zentimeter morgen wie hoch das einzelne match ist in s&bs und hier wird auch der overlap der beiden kids angegeben die eben verglichen werden und hier werden überwiegend kids einbezogen mit einem hohen overlap und hier kann man da noch gut schauen ob man dann durch kontaktaufnahme gemeinsame vorfahren hat und ja wenn man dann zu so einem projekt mehr als ein kit registriert hat dann erscheint man natürlich auch dann hier noch ein weiteres mal in dieser liste wenn man dann weiter nach unten geht auf der seite erscheint dann eine sehr sehr lange liste ich habe einfach hier mal da so einige beispiele rausgesucht also hier gibt es sehr viele projekte auf deutschland bezogen es gibt dann hier ganz rechts noch eine weitere spalte wo noch informationen stehen wie e mail adresse oder oder eine internetseite auf jeden fall sieht man hier regionale projekte berlin brandenburg baden württemberg niedersachsen und pommern rheinland saarland schleswig holstein und es gibt noch etliche andere projekte im bereich deutschland und ukraine habe ich einfach mal aufgeführt denn das ist ja hier ist die west ukraine gemeint was ja früher polen oder österreich ungarn war und da gab es ja auch viele deutsche besiedlungen und wenn man so einem projekt beitreten will dann muss man nur hier diese taste drücken join dann erscheint dann die nächste seite hier wo man im prinzip dann bei diesem administrator eine teilnahme beantragt und das sollte man auch schon begründen hier einfach mal die übersetzungen man sollte schon begründen dass man im prinzip vorfahren in diesem bereich hat denn es gibt leider viele amerikaner die einfach nur in die gruppen wollen aber gar nicht so richtig wissen aus welchem bereich von treußen sie vorfahren haben hier wird dann angegeben die kit nummern und da kann man dann auswählen in welchem kit nummer man diesem projekt beitreten will und dann mit submit und dann kann es dann eine zeitlang dauern bis dann der administrator einen freigeschaltet hat für dieses projekt für diese gruppe gehen wir zum nächsten punkt wo man eine art etiket schätzung auswählen kann bei getmatch einfach mal nachfolgen der fahrt hier kann man auswählen eurogenes ich will auch hier jetzt nur an das an einem beispiel demonstrieren es gibt hier noch etliche andere möglichkeiten und bei eurogenes k 36 kann man dann hier eine kit nummer eingeben und bekommt dann hier dieses ergebnis diese werte sollte man von eurogenes k 36 nicht als herkunftsanalyse sehen dass man im prinzip vorfahren aus diesen bereichen hat sondern hier wird mehr eine genetische verwandtschaft dargestellt oder mehr als platzhalter aber diese daten haben eine andere bewandtnis die kann man sehr gut nutzen um deine grafische darstellung bei einer internetseite zu erzielen wichtig ist auch hier dass man diese daten mit punkt mit dezimal punkt berücksichtigt und wenn man diese daten hier auf dieser seite eingibt das muss man leider händisch tun aber das sind ja nicht so viele daten die man dann von hand aus eingeben muss die seite findet man über google ganz einfach mit dieser bezeichnung und wenn man die daten eingegeben hat dann bekommt man hier so eine schöne grafische darstellung auf europa bezogen wie also die genetische ähnlichkeit des eigenen datensatzes innerhalb europa ist bzw die die genetische ähnlichkeit anzusehen ist und hier liegt also der schwerpunkt eindeutig hier im ostdeutschen bereich was also absolut der faktenlage der eigenen familienforschung entspricht sind ihre eltern verwandt das ist auch ein tool was man bei getmatch hat und ja meine eltern sind nicht verwandt deswegen ist hier auch keine übereinstimmung zu sehen und das wird wohl bei vielen der fall sein hier wird natürlich auch nur etwas angezeigt wenn man segmente hat die größer als sieben zentimeter sind ja dann sind wir schon am ende hier nochmal weitere informationen zur dna auch ganz interessant ist immer der komgent blog wo auch immer mal wieder themen zur dna dargestellt werden und im gen wiki findet man doch einige informationen und austauschen mit anderen kann man sich über die mailing liste oder über die facebook gruppe die es gibt vielen dank für ihre aufmerksamkeit